Harmonisches Beisammensein heute Abend. Danke Gott für alles. Sind alle gesund, alle munter, vertragen sich, haben sich lieb, lieben sich sehr. Was will man mehr? Ich sitze einfach nur hier und schaue den Hasen zu. Draußen waren die schon, haben schon fangen gespielt, sich gegenseitig geputzt, alles schön sauber gehalten. Meine Schnutzeles. Die Schildkröten gehen immer um 17 Uhr schon schlafen. Das ist schon schlicht aus, die sind in ihren Höhlen, rechts und links. Ja, so ist das. Mama hat weniger Schmerzen bekommen. Die Heilung wird immer besser mit dem Schulterblatt. Ja, so ist das. Okay, ihr Schnutzelbärchen. Meine Lieblinge, ja. Ja, dann kann die Mami auch gut schlafen. Jetzt gucke ich noch ein bisschen zu. Machen wir noch einen Tee. Die Vögel, die haben sich auch gebessert wieder. Ja, ganz liebe. Wenn ich sage, ruht an der Schuhe. Das ist auch ganz gut. Ja. Dann werde ich das gleich posten. Bis morgen. Gute Nacht. Schlaft recht gut von all seinen Gottesengeln bewacht. Blümchen noch mal. Blümchen da hinten. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht.